so herzlich willkommen zu einem neuen video wie versprochen heute mal türen einstellen aus einer ganz anderen perspektive bitte entschuldigt wenn das so ein bisschen wackelt wir haben aber lange überlegt aus welcher perspektive wir das ganze machen natürlich wäre wahrscheinlich am kopf am coolsten aber ich finde gerade dieses so dass man so die hände hier so sieht finde ich auch ganz geil es wackelt so wie ich atme aber letzter punkt den wir hier machen müssen ist heute türen einstellen so als aller allererstes müssen wir die tür noch mal wieder einmal abnehmen weil unter den scharnieren sind noch klebereste weil wir wollten die säulen natürlich erstmal nicht zerkratzen beim ersten mal anschrauben und haben somit kleber drunter gemacht prinzipiell beim türen einstellen gilt von hinten nach vorne ja eigentlich nur so macht sinn weil das seitenteil können wir ja nicht verändern wenn du jetzt die kamera so festhält sieht man übrigens auch von der kamera dass die so festhält echt also ja aber wenn ich so atme dann geht es immer so das kann die gopro aber eigentlich ganz gut von hinten nach vorne ja seitenteil können wir ja nicht beeinflussen also ich würde es jetzt so machen dass wir mit der tür anfangen wobei die jetzt schon echt ganz gut passt tatsächlich hat chris schon alles gegeben beim einstellen das war wir ja tatsächlich hier im laden ich weiß es gar nicht ja doch hat er ja nicht einmal voreingestellt ich weiß gar nicht aber ist doch egal wir müssen ja eh nochmal abnehmen genau und dann von hinten nach vorne so ein bisschen durch mogeln ja so ein bisschen nach einem so ein bisschen nach zierleiste so ein nach wobei in dem fall wenn ich jetzt so drauf guckt ist annähernd perfekt sitzt da eigentlich schon aber wir müssen sie trotzdem aber wieder abnehmen weil es muss auf jeden fall das klebe und hier runter als auch hier muss ein bisschen dichtmasse drunter dass hier kein wasser reinlaufen kann so ok ich würde sagen als allererstes nehmen wir so ab ja kriegst du wieder rein schuhe aus in der guten stube kann ich die stube eigentlich heute gleich auslassen hier so also wie gesagt ich mache jetzt hier nur einen kleinen kringel herum damit halt einfach dass das wasser ich glaube nicht dass dieses auto viel wasser sehen wird aber das wasser hat zumindest jetzt hier nicht in den raum kann durch die schrauben löcher er waschen tut man gerne ja wir sind klar Ist hier jetzt schon ein Schloss drin? Nein. Achso, das ist mit der Taster, der so drückt, ne? Also wichtig ist halt immer die Tür erstmal einmal einstellen ohne Fanghaken, ohne alles, dass sie da wirklich gut drin hinkt. Dann geht es weiter mit Fanghaken und dann kommt der Scheibenrahmen an. Ja, lösen wir mal unten. Jetzt kann man dabei natürlich die ganze Tür auch nach vorne und hinten schieben. Das heißt, die Breite des Spaltes muss man auch ein bisschen im Auge behalten. Ja, löse jetzt nochmal unten, bitte. So würde ich sie erstmal lassen und gucken, was sich vorne ergibt. Das könnte jetzt noch ein Hauf zu breit sein. Das täuscht aber auch, weil man diese Kante hier nicht so richtig wahrnehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Eins ist Klarlack und das nächste ist dann Carbon, aber der wird jetzt hier gerade schon so nur noch 4 mm haben oder so. Wie war das früher im Werk? Habt ihr die Spaltmaße gemessen? Ja, ich war ja da bevor das Auto KTL getaucht wurde und da hatten wir so leeren, genau. Die Tür wird aber tendenziell ein Stück zu hoch eingestellt, weil ja noch Gewicht reinkommt vom Scheibenrahmen, Lautsprecher, was auch immer. Ich weiß nicht, was jetzt bei dir hier an HiFi noch reinkommt. Alles volles Überhaben. Aber ja, dann drückt oben noch ein bisschen der Scheibenrahmen und so. Ich würde es jetzt so erstmal tatsächlich lassen. Die Schrauben waren jetzt auch nur für den Spalt, für die Bündigkeit müssen wir dann logischerweise die anderen nehmen. Aber ich würde es jetzt erstmal im Ganzen so lassen und dann machen wir erstmal mit der Vorräume weiter. Aber jetzt wisst ihr, warum ich immer gepredigt habe, baut den Innenraum nicht zu weit zusammen. Weil das wäre jetzt so eine typische Sache gewesen, wenn hier jetzt schon wieder alles vor gewesen wäre, dann würde man richtig abkotzen. Dann kommt überall wieder nirgendwo mehr ran. Letztes Mal waren wir dann Sicherungskasten und so. Genau, hier ist komplett Sicherungskasten, Kagenbaum und was weiß ich nicht alles. Ich sehe gerade, unter weiser Voraussicht auf schwere Kupplungen hat Audi das Kupplungsbedarf aus Guss gemacht extra. Ja, das ist einmal Blech und einmal Aluguss. Jetzt muss ich einmal die gucken wo. So, und wieder rein in die gute Stuhl. Beim Zumachen habe ich Angst, dass ich sie einfach abbreche. Mach mal die hintere unten nochmal los. Teil uns deine Gedanken mit. Ja, beide für sich passen ganz gut, beide zueinander aber nicht. Okay. Mach ich jetzt mal fest. Zueinander heißt der Spalt. Ja, der Spalt an der B-Säule sah jetzt nicht so toll aus. Jetzt machen wir vorne oben nochmal los. Machen wir fest. Man sieht es richtig, wie sich hochzieht. Ja, aber so würde ich es tatsächlich erstmal lassen. Wenn der Rahmen dann noch ein bisschen drückt. Wie sieht es vorne aus. Oben ganz gut. Hatten wir ja damals schon irgendwie die Erfahrung gemacht, dass RS4 hier oben übersteht. Warum auch immer. Wegen Aerodynamik bei 400. Das ist schwer, weil diese Säcke hier passt eigentlich. Also wir müssen vorne leider nochmal ganz lösen und die ein Stück runter sacken lassen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dann haben wir mal wieder fest. Ist schon runter? Ja. Jetzt? Ja, wo sie mich festhält. So, warte mal. Ja, machen wir mal fest. Ne? Wollen wir wieder los? Jetzt fest. So würde ich es jetzt mal lassen. Die hintere vielleicht oben noch ein Stück nach vorne. Was würde ich denn mit dem Fensterrahmen gucken? Jetzt können wir möglichst einmal links, rechts messen oder so, wenn du willst. Theoretisch würden wir jetzt als nächstes Gründlichkeit machen. Das heißt hier seitlich die Schrauben besitzen. Würde ich hinten anfangen, weil hinten muss auch ein bisschen... Genau, das würde ich jetzt auch als nächstes machen. So, pass auf. Wir zeigen euch das mal. Hier oben rein. Diese Schrauben sind eigentlich Passschrauben. Das heißt, die Tür sitzt nur genau an der Stelle. Wenn man es perfekt einstellen will, machen wir es aber immer so. Wir ersetzen diese Schrauben gegen normale Schrauben. Das heißt, man kann die ganze Tür anschließend so frei kicken, wie man will. Das heißt, du müsstest mir da mal einmal den... Ist das 40 oder was ist das? Der müsste da auch überliegen. Der müsste da auch überliegen. Hier seht ihr die Passschraue. So, jetzt seht ihr hier. Jetzt können wir quasi die Tür so auch verschieben. Ja. So, jetzt wieder zu. Ja. Willst du so grob ausrechnen? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Zieh mal fest. So, die unteren. Die sind zum Glück ein bisschen einfacher. Warte, jetzt kann ich sogar... Das kann ich sogar einfacher machen jetzt. Dann kann ich erst unten eine rein drehen, dann passiert nämlich gar nichts. Ja. Stell dir mal vor, ich würde von außen einer beobachten. Ja, dann denkt man schon, es fehlen hier andere Sachen. Aber hier seht ihr mal in Summe dann doch, wie viele Schrauben in so einem Auto sind. Weil alleine an den Türen haben wir einmal Scharnier oben, zweimal unten. Dann dreimal Scharnier an der Tür sind sechs. Vier nochmal den Scheibenrahmen rein. Zwei für den Aufprallschutz. Das sind alleine 14 Schrauben. Das heißt, wir haben ja 50 Gramm gespart. Da kommt echt was... Da kommt noch was zusammen mit den Summe. Wobei 50 Gramm, also ich glaube es sind mehr, aber selbst 50 Gramm finde ich ist schon nicht schlecht. Weil, überlegen wir mal, es sind 200 Gramm alle vier Türen. Nur für die Schraubenpüsse, ne? Na, ich sehe es in dem Fall so... Das sieht geil aus. Ja, A das und D müsste man ja auch für Audi die Schraube neu kaufen, ne? Und da wird die ja auch mittlerweile wahrscheinlich drei Euro kosten. Ja, diese Passschrauben kann gut sein. Also bei so einer Passschraube kann man immer 0,0 einschätzen. Also das kann ein Euro sein, kann aber auch 5 Euro sein. Das Gute ist ja immer, Schrauben sind ja meistens immer Rabattgruppe 1. Das heißt, es gibt immerhin 49 Prozent drauf. So, wie sieht es aus? Jetzt können wir theoretisch bei der Tür die Winkeligkeit so einstellen. Aber das sieht annähernd perfekt aus. Ich hatte sie eben oben schon ein bisschen reingedrückt und der Rest sieht echt gut aus. Dann würde ich sagen, lassen wir das annähernd. Annähernd perfekt. Wir machen vorne gleich weiter. Das Problem ist, der Fensterrahmen wird sich nachher noch ein Stück nach unten drücken. Dann wird auch hier das passen zur Zielleiste. Und wenn nicht, müssen wir dann nachher nochmal minimal nachstellen. Aber es sieht schon gut aus. Die Socken können dann auch auf jeden Fall Müll. Wieso, das war ein wachsender Auto? Ja, es war all. Jetzt guck mal, da müsste irgendwie ein Zehner Ratschenschlüssel liegen. Den bräuchten wir mal. Ja, ich sehe gerade, hier müssen wir das Loch für den Fensterrahmen noch aufbohren. Kannst du die Tür noch weiter aufmachen? Ja. Die Türen sehen von innen so geil aus. Könnte man auch eigentlich ohne Türverkleidung fahren. Ja, ich wollte auch zur Sekunde das Gleiche sagen. Dass ich immer wieder fasziniert bin, wie krass Artyom dann so diese ganzen Innenbereiche ausarbeitet. So, also das hier alles, das sieht schon wirklich heftig aus. Ja, dann schmeiß mal zu den Kollegen. So, an die unteren kommen wir leider nur von innen dran. Also, wir müssen jetzt ein paar Mal die Tür auf und zu machen. Ja, ich würde es erstmal so lassen. Und die vorderen passt genauso? Ja, wir können ja mal, halt sie mal so ein bisschen so zu. Würde ich einmal nachmessen. 4,5. Ja, hier ist auch 5. 4. Halt mal die hintere ein bisschen zu. Ja, das ist witzig. Das sieht nur so breit aus durch... Also sie sind jetzt 95% gleich. Ja, perfekt. 95% reicht das. Okay, dann nochmal die vordere Tür nochmal auf. Dann ziehe ich das hier nochmal alles fest. Achso, wegen Winkeligkeit willst du nochmal machen. Achso, ja genau. Das war eigentlich die Frage. Ja, ne, passt nicht. Aber die hintere passt von Winkelig. Ja, hinten passt zum Seitenteil schön. Ja doch, also es ist die vordere. Die vordere muss unten mal los. Und dann müssen wir sie ein bisschen kippen. Wie kommst du denn ran? Bist du noch weiter? Noch ein bisschen. Ja, reicht. Und was hast du heute gemacht? Ja, ich habe ein bisschen im Auto gesessen. Kann man so lassen. Hast du? Ja. Willst du mal nachziehen oder war er fest schon? Ne, es war schon fest. Wir müssen jetzt nur vorne, muss ich einmal von außen in die Scharniere noch zwei Schrauben drehen. Durch die Kotvögel. Okay. Und in der Zeit kannst du theoretisch die... Achso, Kotvögel können wir theoretisch noch einmal gucken. Aber den können wir auch hinterher. Der passt aber sehr gut. Der muss nur noch ein bisschen... Jetzt können wir theoretisch die Fanghaken dann gleich einmal einbauen. Genau. Einmal die Fanghaken rein. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß an denjenigen, der das Video schneiden darf hier. Oh Gott. Hier sind so... So ein Stück. Ich würde sagen, das sind Millimeter. Jetzt habe ich mir das hier markiert. Millis! Und einen Strich weiter geschoben. Ich hoffe, es hat gereicht, weil es leider ein bisschen weit raus steht. Äh, rein steht. Kannst du mir mal die kleine Knarre geben, bitte? Ja, ja. 3 Achtel? Ja, ja. Wie lange? Ja. Wie lange? Ich habe die Korreche geöffnet. Jägenne Ja, wie lange? Wie lange? Joah, das ist leer. Wie lange? Wie lange? Was, ganz sicher. Warte mal. Wie lange? Was, ganz sicher. Der Spalt verläuft auf jeden Fall schön. Ja. Das sieht gut aus. Gut, dann müssen wir jetzt vorne nochmal, Lichtmaß hast du weggewischt? Ja, außer von der Seite. Dann müssen wir jetzt da nochmal die Gewindeplatte gangbar machen. Ah, legt da ein Tuch rein. Ja! Ich will nicht den ersten, den kannst du selber machen. Guck mal, das Auto stand so lange bei uns im Ladenverkauf, dass tatsächlich eine Beulie vom Rad ist. So richtig? Boah! Krass, oder? Aber ist es doch gar nicht so schwer. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Korosseschamme immer noch zu schwer ist. Ja, oder ein Zeichen dafür, dass es zu lange stand. Ja, aber finde ich krass. Kannst du mal reingehen? Man sieht ja von drinnen, ob das Schloss trifft, ne? Ich würde sagen, es ist zu hoch. Ne, jetzt ist es zu tief. Jetzt muss deutlich höher. Der hintere Teil allerdings. Kann sein, dass es ein bisschen so gedreht werden muss. Probieren wir es nochmal. Ne, lass mal genau so. Eigentlich müsste es jetzt gerade so per Hand drehbar sein. Das ist... Na ja, jetzt zieht sich runter, weißt du? So. Und was hast du? Ich finde es okay so. Schön. Das war ein einfacher Teil. Ja, klar. Jetzt werden einige sagen, wenn die Dichtung innen kommt, sind die Karten wieder neu gemischt. Ist auch so. Aber das können wir dann erst zusammen mit Türverkleidung, weil die drücken dagegen. Das werden wir dann nochmal minimal nachstellen. Das ist jetzt erstmal genau. Erstmal nur eine Basis reinbringen und dann... Ja. Wobei das beim letzten Mal nur Schließkeil ein bisschen verstellen war. Wir werden es sehen dann. Also wir könnten uns jetzt überlegen, ob wir die untere unten noch ein Stück rausnehmen. Ja, würde ich machen. Lass das mal noch einmal machen. Also hier vom Winkel her. Boah, das war viel zu viel. Krass. Okay, dann leider nochmal auf. Löse mal. Aber lieber zu viel als zu wählen. In dem Fall. Oder dann weiß man am wenigsten, dass es eine Lösung gibt. Achso, naja. Das gibt doch noch so ein bisschen die... Ähm... Ja, das ist eher vom Schließkeil noch ein bisschen. Ne, wir müssen hinten noch ein bisschen rein. Dann werden wir die vom Schließkeil noch ein bisschen rausstellen müssen. Ne, aber wir gucken erstmal mit dem rein. Ja. 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 Wichtig ist, dass man diese ersten Schritte wirklich gewöhnt. Wissenhaft macht. Weil je besser die Basis erstmal sitzt, je einfacher geht es am Ende. Ja, es geht eh ein bisschen bescheidener als beim alten Auto, weil die Dichtungen halt alle neu sind. Und auch die hier oben, die drückt halt gleich extrem. Die müssen sich dann erstmal ein bisschen setzen. Ein bisschen in der Sonne vielleicht sich anschmiegen. Aber wir gucken mal. So, weiter geht's. Akkuwechsel getan und los geht's. Kaffee getrunken. Kaffee getrunken, genau. Also, wir fangen jetzt an, logischerweise wieder mit dem hinteren Rahmen. Meine Finger sind leicht gebrochen, weil ganz großes Problem bei diesem Rahmen ist, dass man die Dichtung hier wirklich bis Anschlag aufwürgen muss. Also, es fühlt sich so an, als wenn die Dichtung schon drauf ist. Irgendwann macht's aber wirklich klack und geht drauf. Und ich sag euch, da müsst ihr sowas von brutal fest gegendrücken. Ja. Weil, wenn die Dichtung natürlich nicht ganz drauf ist, bringt natürlich auch alles ein schnell am Ende nichts. Weil, du natürlich, weißt du, der Rahmen steht ja anders als die Dichtung. Ich finde ja krass, dass du diesen ganzen Kram zusammen besorgt gekriegt hast. Das ist irgendwie... Aber die waren jetzt nicht von Audi oder nur zwei von Audi oder wie war das? Der große Vorteil ist, diese hinteren gibt's noch bei Audi, weil Limo brauchen nicht so viele. Vorne Avant und Limo gleich, somit gibt's die vorderen nicht mehr. Das ist das Problem. Die hinteren war das Problem zu kriegen. Deswegen. So. Ja, hier müssen wir jetzt erstmal... Der hintere ist mit vier Schrauben fest, der vorderen nur mit... Doch, auch mit vier. Jeder, der übrigens Bock auf diese Unterwegscheiben hat, kaufe ich einfach immer bei Ebay. Sind doch echt nicht teuer. Mhm. Ich glaube, zehn Stück nur Euro oder so. Oder zehn Stück drei Euro. Also wirklich so... Ja, die wird irgendwer mit Wasserstrahl oder Wasserstrahl oder so. Ja, genau. Die kommen einfach aus einer Platte raus. Bist du sicher, dass du diese Schraube mit Scheibe reinbringen willst? Das macht süchtig. Wenn ich gleich abrutsche, gebe ich hier einfach die GoPro in der Hand. So, ich passe jetzt auf, dass die Scheibe nicht durchfällt. Aber es hat einen Grund, warum die noch nicht fest ist. Und dann ist nämlich das Geile, das seht ihr gleich. Wir können tatsächlich den Türrahmen von hier innen einstellen. So, seht ihr das? Ja. Jetzt muss ich nur einmal... Oder ich kümmer mich um die Scheibe... Runterlassen können wir die nicht. Oder liegt die dann irgendwo auf? Ich hab sie, ich halte sie. Ja, also ich kann ihn jetzt hier hoch und runter drücken. So, jetzt ist nämlich das coole. Marius kann nämlich den Rahmen einfach so positionieren wie ein Garnett. Und ich kann von drinnen festziehen. Zieh ihn mal so fest. Gucken wir mal. Jo. Klumpel. Krass. Gut. So, ok. Weiter geht's im Text. So, jetzt müssen wir hier erstmal das Loch auffiedeln. Ja. Oh, da ist hier einfach so ein bisschen... Oh, mein hat das letztes Mal? ...Hartz drin. Äh, letztes Mal war ich so voll zu laufen und hab das mit einem Bohrer gefräst. Okay. Den kann ich dir anbieten. So, langsam krieg ich auch kalte Füße hier, ohne. Hättest du Puschen anziehen müssen. Pass auf, halt du mal diesen Hahn. Ja, wenn da noch gleich andersrum sind wollen. Oder gleich andersrum. Und dann baue ich nämlich den... ...den Spiegel einmal hier an. Ach so. Ja. Jetzt wollte ich einen. Das heißt, wenn ich 5 Spiegel tauschen will, muss ich immer Fenster am hochziehen? Ja, man kann es auch so durchwurschteln. Aber wenn du es vernünftig und schön machen willst und kratzerfrei, dann musst du es leider... Okay. Eigentlich so. Ja, ich hab den zusammengeschraubt oder Spiegel gelassen, darfst du selber machen. Ja, ja. Achtung. Äh, warte mal, guck mal einer von außen. Dass wir den ein bisschen rücken. Den kann man ja sonst auch noch von innen. Justieren. Eins zählen. So, jetzt haben wir hier noch gar keinen... So, macht aber nichts. Kommen wir noch an, oder? Ja, ja. Kommen wir überall noch an. Kann man alles... ...lecken. Ja, ich geh mal rum. Ja, ich geh mal rum. Ja, ich geh mal rum. Ja, dich das mal rum matscheln. messe ich her. Guck. Die Gummis, wo die Torpappe drin hängt, hattest du die noch neu bekommen? Ne, ich glaube die gab es nicht. Weil da waren ein paar voll gröselt, ne? Ja. Ich glaube wir müssen sie anheben, oder geht? Dann brauche ich die rechte. Ich dachte man muss ein bisschen hoch. Schon gut auf den Zug. So. So, dann gehe ich mal wieder rein. Schrauben tücken runter. Bei mir ist es noch die Scheibe nicht. Ja, ja. Hältst du die Scheibe? Ja. Zieh mal so fest. Ich fange mal an mit der hier, ne? Ja. Kannst du so eigentlich mal komplett festziehen. Wo muss sie, wenn, tendenziell hin? Also wenn es zum Beispiel hier hoch muss, ne? Ja. Kann ich jetzt hier den Keil weiter rein drücken. Und weißt du, wenn ich hier den Keil rein drücke, kommt die Scheibe... Ne, die sitzt eigentlich... Warte mal, ich gehe nochmal drüber drücken. Also eigentlich kannst du so mal komplett festziehen. Also das ist auf jeden Fall absoluter Insider-Trick. Das Ganze zu zweit machen und einen reinsetzen. Ja, wenn du das alleine... Ja, vor allem auch ohne Dichtung, ohne alles, kommt man halt wenigstens schön ran. Also da hat sich Audi ja schon was beigedacht. Ach so, die Scheibe hält die jetzt an? Ja, die liegt unten jetzt eigentlich drin. Ich finde es schön. Ging ja fast zu einfach. Es sah jetzt fast so aus, als wenn... Ja, wir haben das jetzt auch schon... Sechsmal, sieben, das achte Mal... Nein, der Trick dabei ist wirklich, erst Tür unten einstellen, dann Zapfen rein, dann Türrahmen vorbereiten. Ganz wichtig, dass die Dichtung auf dem Rahmen richtig sitzt und dann halt wirklich, wie Mario es gerade gemacht hat, den Rahmen hier oben halt schön ran ziehen. Und dann halt so ein bisschen mit Gefühl, muss man halt schon wissen, welche Schraube man als erstes anzieht. Ja, es kann halt sein, wenn man jetzt die Pappe und die andere Dichtung... Dann wird man bestimmt noch ein bisschen nachstellen müssen. Aber auch Spaltmaß hier sieht toll aus. Ich bin schockiert. Der Kotvögel ist noch nicht eingestellt. Ja, der Kotvögel ist noch locker. Okay, das heißt, du sagst, so kann bleiben. So kann bleiben. So kann bleiben. Wenn es auch... Warte, mich mal ein Stück. Jetzt sind wir raus. Jawohl. Das geht auch richtig gut so eigentlich. Für so eine leere Butze, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt kriegt er noch eine Runde Detailer und ein bisschen Scheibenreiniger. Bisschen Scheiben Detailer. Scheiben Detailer genug. Aber ich würde sagen, das sieht doch... Können Sie doch sehen das, ne? Ich finde es mega. Haben wir das auch wieder geschafft. Können als nächstes Achsen... Deine anfängliche Bedenken mit den Alu-Spiegeln. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich finde es auch geil. Und was jetzt auch definitiv, jetzt wo Scheiben drin sind, geht auch die schwarze Säule deutlich mehr unter, ne? Weil das durch das Silber auch ein bisschen eingerahmt ist, finde ich. Ja. Ja, Türgriffe sind noch WLAN. Genau. Also als nächstes, Türgriffe und die hier unten, die Leisten unter den Rückleuchten, die ist Atium auch fleißig am Bauen. Ich habe gestern schon Fahrwerk reingehangen vorne hinten. Das heißt, als nächstes können die Achsen rein und dann steht er auch endlich auf eigenen Rädern, ne? Habt ihr eigentlich diesmal bedacht, dass das Auto ein bisschen leichter wird? Ja, nein. Also haben wir schon, aber bin gespannt, ob es nicht immer noch zu hoch ist. Müssen wir dann mal gucken. Geil, aber vorne hast du erstmal ganz runter gedreht, ne? Ja, hinten auch. Nein, ich baue das ja so immer zusammen. Ah, okay. Ich dachte für die Messe erstmal ganz auf dem Boden. Ich stecke das ohne Vorspannung immer zusammen und drehe dann quasi den Dämpfer ein. Das ist sympathische Höhe. Ja, ja. Das wird schon. Yes. Ich würde sagen, können wir Tür einstellen auch hinter uns. Weiter geht's im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.